Die VDE geprüften Spannungsprüfer Duspol von Benning, die in der Messkategorie Cat 4 bis 600 Volt gegen Erde und Cat 3 bis 1000 Volt gegen Erde eingesetzt werden können, zeigen Gleich- und Wechselspannung bis 1000 Volt an. Alle Duspol erreichen die Schutzklasse IP65. Aufgrund der hohen Spannungsanzeige sind die Duspol auch in Systemen mit Spannungen größer 690 Volt einsetzbar. Dazu gehören zum Beispiel Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen oder Bereiche der Elektromobilität. Der Duspol Digital ermittelt Wechselspannungen im Echteffektivmessverfahren True AMS und zeigt Gleichspannungen sogar bis 1200 Volt an. Mit dem Modell Duspol Digital wollen wir nun die Funktionsweisen und Eigenschaften erläutern. Die inliegenden Mikrobatterien, die in einer gut geschützten Batteriekammer liegen, sind für eine Spannungsanzeige größer 50 Volt, im Gegensatz zu anderen Spannungsprüfern, die sich auf dem Markt befinden, nicht notwendig. Sie unterstützen lediglich die Zusatzfunktionen. Spannungen werden über das LC-Display und parallel über LEDs deutlich angezeigt. Neben der Spannung wird im Display die Frequenz und den dreiphasigen geerdeten Systemen zudem die Drehfeldrichtung angezeigt. Spannungen können im Messkreis ohne Betätigung der beiden Drucktasten angezeigt werden. Durch Drücken der Tasten wird in den Lastkreis geschaltet und der Innenwiderstand deutlich reduziert. Hierdurch werden Windspannungen unterdrückt und die im kleinen Griff eingebaute Vibration zugeschaltet. Ab 200 Volt steigt die Vibration proportional zur anliegenden Spannung an. Werden die Tasten bewusst betätigt, während man gleichzeitig eine Phase und den Schutzleiter kontaktiert, führt das zu einem Kurzschluss mit ca. 65 mA, der eine 30 mA Fehlerstromschutzeinrichtung auslöst. Dies ist keine Überprüfung im Rahmen der VDE 0100, wird aber in der Praxis gerne gemacht, um zu prüfen, ob ein Schutzleiter angeschlossen ist. Mit dem Prüfgriff L2 kann die einpolige Außenleiterprüfung erfolgen, bei der in geerdeten Systemen die Phase erkannt wird. Bei anliegenden Gleichspannungen wird zudem die Polarität angezeigt. DUSPOL Digital und DUSPOL Expert bieten als Zusatzfunktionen die Durchgangsprüfung, das berührungslose Erkennen von Phasenspannungen und haben eine leuchtstarke, weiße LED zur Prüfspitzenbeleuchtung eingebaut. Durch das Zusammenlegen der Prüfspitzen und Bestätigen per Tastendruck werden die Unterfunktionen des DUSPOL erreicht. In diesen ist das Messen von Widerständen im Bereich von 100 Ohm bis 300 Kilo Ohm und eine Diodenprüfung mit Anzeige der Durchlassspannung bis 2 Volt möglich. Um Spannung kleiner 6 Volt zu messen, wird durch ein weiteres Betätigen der Taste der sogenannte Low Volt Bereich aktiviert. Spannungen zwischen 1,0 Volt und 11,9 Volt werden angezeigt. Alle DUSPOL erfüllen heute schon die neuen Kriterien der Normausgabe 2015. Früher wie heute ist der DUSPOL ein professionelles, zuverlässiges und sicheres Prüfgerät, für die Feststellung der Spannungsfreiheit in Niederspannungssystemen.